So, Hallihallo, Hallöche meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu der nächste Folge von The Forest. Wir nehmen immer mal ein bisschen von dem Zeugs hier drüben noch weg. Und außerdem wäre es mal eine coole Idee, wenn wir da drüben den Hunting Shelter der nächste Nacht benutzen. Dann ist er nämlich Kapalores. Kapalores? Und ich muss schon wieder was essen. Was könnte ich mir heute? Was habe ich noch nicht gegessen? Ah, Marigold. Oh. Ich habe ein großes Problem und das nennt sich keine Bären mehr. Oh. Das weiß ich nicht, wann der nächste angespielt kommt. Ich habe hier noch so zwei, drei auf der Liste, die ich tatsächlich machen möchte. Aber im Moment habe ich da keinen Bock zu. Wer mich in Steam hat, weiß, dass ich im Moment sehr viel Skyrim spiele. Und das, äh, naja. Ja. Ist halt Skyrim. Das frisst halt mal ein paar Stunden. Gibt es irgendwann mal was Neues in Richtung Survival? Puh. Ja, ähm. Ja, wenn was Vernünftiges rauskommt. De facto ist es aber so, dass das Thema Survival eigentlich mittlerweile auch mal ausgelutscht ist, ne? Ich habe da eins auf der Liste steht, der nennt sich Outbreak. Also irgendeins, äh. Klingt recht gut. Tatsächlich habe ich es aber noch nicht verstanden. Achtung, Achtung, Achtung. Was? Ich kann gerade nicht. Ich werde gerade geschlagen. Heieieiei. Weißt du was ich meine? Ja. Ähm. Witzig ist, ich schlag die automatisch zurück. Siehst du das? Ja. Warte mal. Was ist das denn? Puh. 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 Was ist das denn hier los? Puh. Die werden automatisch geschlagen. Puh. Meine Damen und Herren, das nächste Feature. Also ich würde sagen, äh, ich bin jetzt, äh, unbesiegbar. Puh. Puh. Einfach nur blocken und ja. Puh. Puh. Warte mal. Lass uns die mal kurz eben aufeinander stapeln. Dann können wir die mal kurz eben verkokeln hier. Tu den mal drauflegen hier. Puh. 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 Also ich muss sagen, das, äh, hat mir jetzt gefallen. Auch wenn ich jetzt gerade die Plattform gehauen hab. Scheinbar. Kannst du die Plattform treffen? Puh. 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 Alles gefeatured, gar kein Problem. Acht Minütchen haben wir noch. Oh, war das nur da drüben veranstaltet. Sieht mir fast aus wie gesprengt. Nee. Ich sag, das sieht fast aus wie gesprengt. Äh, jetzt hab ich den Punkt verloren. Vielleicht sollte man einen Lock da hinlegen, damit wir den schneller wiederfinden. Oder einen Stickmarker hinsetzen, aber den kriegen wir auch nicht wieder weggerissen, ne? Doch. Doch, ja, dann setzen wir einen Stickmarker hin. Wo waren wir nochmal? Hier. Bei Stickmarkern. Warum hört sich Stickmarker eigentlich ähnlich an wie Stickmater? Au. Kratzer, Putz und ab. Was? Findet übrigens gerade sehr, äh, schön hier. Soll ich's sagen oder soll ich's nicht sagen? Nee, ich hab aber auch extra nichts weiter in der Richtung gesagt. Jetzt hab ich schon wieder meine Axt verschludert. Es ist schön ruhig hier, nicht? Ach, toll, Patrick. Hast du's schön gemacht. Nimm dir doch irgendeinen spitzen Stock und pick dich selber auf, ey. Nee, du bist total durchgeknallt, wahnsinnig und geistig gestört. Ja, das kann leider auch sein. Wieso leider? Wieso leider? Ich dachte, du fühlst dich gut so, wie du bist. Ja, das stimmt. Oh, hier ist noch ein Holzi. Die anderen. Du kannst mir damit gar keine Angst machen. Ich hab meinen Freund, den Baumstamm hier. Mit dem rede ich auch immer. Der ist ganz normal. Der ist nicht, der ist nicht so kaputt wie du. So, was wollte ich jetzt nochmal gemacht haben? Ich wollte, äh, was wollte ich denn? Ich wollte, ich wollte irgendwas gemacht haben. Seit meinem ersten Video. Wie ist denn? Hättest du jetzt nicht gedacht, wa? Nö, das ist aber nicht logisch die Antwort für dich. Ich meine, was anderes hätte ich mir gar nicht erwartet von dir. Siehst du? Na, 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 na. Ja klar, da fällt ja schon genau auf den Locksler drauf. Aber nein, es kann ja nicht mal einer drin liegen bleiben. Ne, so durch Zufall. Was haben wir denn noch? Zwei Stück. Mal voll das Ding! Äh, hallo? Ach, da. Ich decke rein. Du zitterst ein bisschen? Nein, tue ich nicht. Das ist Erregung. Boah. Ja, deine Erregung. Du bist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Deswegen zitterst du. Ich bin ein Zitteraal. Ich hab gesagt, ich bin ein Zitteraal. Nicht, ich hab'n Zitteraal. Das wär' nochmal. Boah, ich geh hier mittlerweile am Holz, ey. So, da hinten ist es gleich auch schon schön gerodet. Wenn du alle Quests hast und ein Signalfeuer machst, kommt ein Rettungstrupp mit einer epischen Szene. Von was redet er? Nein, du bist so dumm Junge. Und Moin, Prinz, wie geht er? Schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Jetzt, wo ich das gerade wieder lese, hab' ich schon wieder Bock auf Dragon Ball. Ich jedes Mal, wenn ich seinen Namen lese. Ich glaub, das muss ich mal bald wieder anschmeißen. Ach toll, jetzt hab' ich gar keine Waffen mehr in der Hand. Das ist natürlich super. Perfekt. Unterkommen sie schon. Alter, arsch mich nicht. Nee, Scherz. Oh. Jetzt hab' ich erschreckt die falsche Waffe genommen. Ich muss doch hier wieder meine Imba-Nub-Kack-Ranz-Block- und automatische Zurückhau-Waffe nehmen. Ja, aber welche Quests? Meinst du, die erforschen und das ganze Zeug? Ich weiß nicht, was er meint. Wow. Ich glaub, hier haben wir auch ein bisschen Kahlschlag betrieben. Kann das sein? Ein bisschen. Deswegen können wir auch nur noch die Ecke hier fertig machen, dann gleich mal schlafen gehen und dann mal wieder rüber in die andere Ecke gehen. Jetzt hab' ich gerade gedacht, der Baum hinter mir fällt auch rum und hat mich gewundert und so, hä? Wie so'n Ditte. Ei, 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 ei. Das hat weh getan. Nee. Aber mir ist beim Springen und Landen der Baumstamm aus der Hand geflutscht. So. Dann nehmen wir uns mal das Wegelschirm mit. Und Wegelschirm mal da rüber. Das war knapp, weil... Das fand ich jetzt aber ja nicht nett. Dass du hier ständig mit den Bäumen am Schmeißen bist. Und dass hier ständig diese blöden Baumstümpfe rumstehen, die man mit dem Wagen einfach nie sieht. Wieso kann man dabei nicht irgendwie mal so auf Third Person umstellen oder so? Das wär doch mal super. So wie es halt in anderen Spielen auch mal üblich ist, wenn man einfach sonst ne eingeschränkte Sicht hätte, dann einfach mal wirklich, äh, ne? Och nö, ernst jetzt. Der Ernst? Wo ist der Ernst? Der Ernst hängt bei mir in der Nase und denkt sich, alter, hol mal ein Taschentuch. So. Wir brauchen übrigens nur noch 2.100 und ein paar kleine. Warte ich alles für Spiele spiele, ne ganze Menge. Dusch da ne telekinetische Kraft. Ich soll meine telekinetische Kraft duschen? Aber bist du bekloppt? Das ist noch fast ein Jahr hin bis Wacken. Ich geh doch jetzt noch nicht duschen. Und meine telekinetische Kraft muss schön ordentlich dreckig bleiben, ja? Sonst wirkt die nämlich nicht mehr so gut. Die Baumstämme, sie rollen doch. Das ist, äh, durch meine telekinetische Kraft. Achso, die rennen von dir weg, weißt du, du stinkst, oder was? Ja, genau so sieht das nämlich aus. Lalalalalala, ich hab Kohldampf wie so ein Iltis. Ach nee, warte mal, das war stinken wie ein Iltis, ne? Aha. Vor allem hab ich Durst. Das heißt, wir müssen jetzt gleich auf jeden Fall mal zum anderen Lager zurück. Durst wie ne Kuh. Hilft alles nix. Vor allen Dingen sind wir jetzt gleich am Ende der Folge angekommen. Das heißt, wir können uns jetzt gleich mal auf den Weg machen. Oh, das Ding. Nehm ich mal das Wegescheh mit. Wo ich herkomme, ich, äh, komme von zu Hause. Das ist da, wo mein Haus wohnt. So, das Wegescheh nehm ich natürlich mal mit. Dann haben wir da drüben mal genug. Wobei, hast du das hier gebaut, oder? Ne, das hab ich mit drüber geschlört, oder? Ich hab's mitgenommen. Ernsthaft? Hm. Ah. Ja, sorry, dass ich ein Grammar-Nazi bin. Zum richtigen hat's nicht mehr gereicht. Dafür war immer eine Einstellung zu links. Deswegen kann ich leider nur ein Grammar-Nazi sein. Ein Grammar-Nazi? Na, der hat ja ständig korrigiert, weil irgendwas falsch geschrieben ist oder sonst was. Ach. Ja, ich find die Bezeichnung auch doof. Äh, schön. Also, weil die Leute zu blöd oder zu faul zum vernünftig schreiben sind, ne, kriegt man dann direkt mal so ne Bezeichnung ab. Ja. Wieso fahr ich jetzt hier mitten durchs Gelände? Anstatt auf dem Weg zu bleiben. Man weiß es nie, man weiß es nicht. Wie weit ist denn das noch bis zu den Zelten? Ja, gleich. Aber das ist gut, weil meine Ausdauer sagt nämlich schon wieder, ne? Da ist schon mal das Zelt. Ja gut, dann würde ich sagen, lass ich den Wagen jetzt einfach mal hier mitten auf dem Weg stehen. Sehen wir uns in der nächsten Folge morgen von The Forest wieder. Bis dahin, danke schön. Alles Gute, äh, und, äh, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.